SPITZEL SPITZEL Spitzel, wenn ich gekriegt, he? Jaja Für Internet Was haben wir denn hier? Das ist nicht kommunistisch gar nicht geworden. Jungfräuliches Wasser. Der Meifor, mein Dägelsohn, braucht man es! Und der erste Fisch, schaut mal runter. Ich bin froh, dass es noch mal ist. Der Siege weiß Der Siege weiß, dass da Hechte drinnen sind. Mit dem hat er ein eigenes Problem zu ausrechten. Ja, genau. Ich bin vom Bergau im Tobrat, Tandafluch. Hast du einen großen? Kann man schauen. Schauen Sie, wie er zieht. Nein. Wir fahren jetzt da zu mir und dann von dabei aus. Bank für Bank, oder? Weil da haben wir vielleicht ein bisschen weniger mit dem Wind zum Teil. Nein, die Jungs sind auch nicht wirklich unterwegs. Nein. Weiß er mir jetzt mal zu. Ich weiß, dass der Wind auf dem Weg hat. Nein. Jetzt ist da weniger Wind. Kein Teil. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich sage nicht. Ja, ich sage nicht, ich sage nicht, Ich weiß nicht, ich habe keine Masse. Ich habe keine Masse. Was? Ich habe keine Masse hat, Kipp mir los! Ja! Warte mal! Nimm mal Sani! Tawiía! ¿Qué pasa? Ja, oder was? Große Tüler, große Fische. Ich bin ein bisschen auf der Haube hinunter. Ich bin ein bisschen auf der Haube hinunter. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein Hechterl hat. Oh mein, wo ist das? Er ist ein Spritzspiel! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.